Wieso singt der nicht, der Kondoliere? Ich meinte, die singen immer alle! Amore mio! Os sole mio! Wir sind verdammt! Verdammt, bis ans Ende unserer Tage! Amore mio! La 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 la! Aaaaaaah! Ich bin schon ein bisschen aufgeweckt, aber ich freue mich auch, weil ja, endlich eine Veränderung, das brauche ich gerade im Moment. Also fresh, sexy, classy, so wie ich halt bin von der Persönlichkeit. Zu viel Selbstbewusstsein kann im TV schnell Cringe-Gefühle beim Publikum wecken. Wow! Hammer! Sieht gut aus! Oh mein Gott, so! Aber ich bin immer noch eine Sexbombe! Mal, ich bin immer noch Sexbombe! Also ich bin gerade noch ein bisschen überfordert mit der Situation. Mal, ja! Mal, ja! Mal, ja! Ich kann nicht sein! Ohne meine Frau! Ohne meine Frau! Nein, ich will nicht sein! Nein, ich will nicht sein! Stopp, stopp, stopp! Wir kommen mal rein, Herr Müller! Kommt Sie wieder rein, Herr Müller. Gehts? Kommt, wir sitzen schon, Herr Müller. Kommt! Kommt, nehmen Sie Platz! Für mich. Boah. Boah. Ja, danke Gott. Ist mir schwierig dir ein Beschenkel gefunden, weil du einen Stock hast immer brauche. Danke vielmal! Bitte gerne. Ich bin wirklich super überrascht. Comedy-Gags, die spontan wirken, sind meist von A bis Z durchgeplant. Das ist bei Burkhard nicht anders. Ich komme nachher gitarrenspielend hier zur Tür und sobald ich hier an die Bar hinschucke, schiebst du mir ein Glas über den Tresen. Lass mich nicht hängen. Alle auf Position, wir drehen. Take eyes, okay? Hey, David, ciao! Hör mal, du Cowboy-Munk. Ich habe gesagt Glas, nicht Has. Bitte. Versuchen Sie nie wieder Witze zu heißen. Was jetzt kommt, ist einfach viel zu niveaulos. Wie ich sage jetzt. Ich habe zu sagen, wach ich schon mal einen Zeitpunkt. Ich habe meine Gedanken und werfen. Wach ich mich jetzt. heading questionen. Ich habe mich einig. das soll ich einig aspects? So jemand gehört eigentlich Ausgebot. Ja, also da kann ich nur mehr da rumlaufen, das ist natürlich genau richtig, ich könnte das auch gerne. Mama mia. Wir sind fertig und ich hoffe, das war einmalig, das ganze Erlebnis. Das hoffen wir auch. Dann ist es die Rialtobrücke. Die Rialtobrücke? Ah, Vater! Amore mia! Oh, sole mia! Halt die Klappe! Ich liebe dich Birgit! Ich habe das jetzt gemerkt, wenn Stefan anfängt zu singen, dann ist er happy. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.